Da ist es hier in Lüssow, das war auch ein bisschen Abflüssen drauf. Der Name sagt es schon, eine Grundschule. Das war eine Grundschule wenigstens. Und ein Bahnhof, das geht rechts rein, die geht zum Bahnhof. So, da sind aber rum noch kleinbürgerliche Häuser. Hier, Lokbauweise. Nächstes Schießstand. Da haben sie noch Reihenhäuser. Die Kirche ist links zu sehen. Da wollen wir noch längs. Die Kirche. Wir gehen runter nach Rüstow. Da ist die Kirche. Noch fünf Stunden hoch im Turm. Im Feldsteinstil. Die Kirche. Das wär's. Die Kirche. Die Kirche. Zwei. Die Kirche bringe es gern raus. Doch. Für mich ist es, warum es auch nicht überall ist. Vielen Dank.